ja nur zusammen da bin ich wieder mit meinem display zu resident evil 2 mit claire redfield hier und wir waren letzt mal hier in der bibliothek angekommen haben unseren ersten stein quasi gefunden hier nämlich diesen schlangen stein und genau wir waren im stars büro haben dion getroffen haben einige erschreckende erkenntnisse über den polizeichef herausgefunden und ja wir haben hier diesen pick schlüsse gefunden und wir waren jetzt hier bei dieser tür da würde ich sagen gehen wir da doch einfach rein ja nach überstandener krankheit jetzt wieder hier ich war ja krank leider leider und ja deshalb aber für euch macht das ja nichts in dem fall weil die folgen ja trotzdem kommen aber ich hatte halt eine längere pause jetzt nur von daher ja wie gesagt machen wir mal erst mal weiter und genau ich bin jetzt mal gespannt als war hier war ja bei hier und die sache mit dem mit der kurbel das ist ja auch noch so guckt euch das an ein rostiges rad ja hier brauchen wir in diesem fall also auch die kurbel ok scheint kaputt zu sein funktioniert jedenfalls nicht und ja freundlich verkrankt aber mir ist es wieder besser zum glück und hier haben wir nichts mehr zu tun würde ich sagen hier können wir nichts machen da oben können wir gleich später wieder was machen wenn dann die leiter wieder runter kommt also erstmal erstmal nicht erstmal haben wir ja noch den karo schlüssel den wir untersuchen können wo wir diese türen aufmachen können das ist ein bisschen drittstock hier richtig krass und ja dann freue ich mich dass wir wieder hier dabei sein wäre sie 2 wie wir tatsächlich jetzt mehr als 500 akudierten haben meine müde das freut mich ehrlich es kommt auch bald beziehungsweise wenn ihr diese folge seht ist das abo special wahrscheinlich schon draußen und genau erfreut mich einfach dass dass wir 500 abonnenten erreichen konnten das ist ja wirklich das ist hätte ich mir nie zu wünschen gedacht haben wir es mal so ok ich glaube wir müssen jetzt nämlich hier runter wenn wir nämlich durch eine kiste vorbei rennen dann werde ich nämlich schon mal den schlangen stein ablegen weil den brauchen wir scheinbar noch für nix das ganze ist ein bisschen merkwürdig jetzt mit dem schlangen stein aber die räume die sind beide ziemlich weit weg wartet mal ich probiere das mal können wir hier rein bin ich jetzt mal gespannt von der anderen seite aus verschlossen das habe ich mir schon fast gedacht freunde ok wenn wir da hinten her gehen oh man da müssen wir an den zombies vorbei wir könnten auch von da von da ganz oben und dann ganz rum aber ich erwarte ich gehe erstmal in die andere richtung ich möchte noch nicht zu den zombies da wir haben ja gar nicht so viel money dafür wir haben beim letzten mal ja nur drei stück oder vier stück da rein kreuchen sehen aber trotzdem das das muss nicht sein so war das wird es echt hier das war hinten durch ach ok und wie gesagt meine wenn ich wie gesagt aber wenn müsste ich jetzt gleich irgendwann mal kommen sollte werde ich versuchen die zu bekämpfen weil naja ich dieser bereich ich habe so ich habe irgendwelche echt immer paar was das hier irgendwann mister x raus geschossen kommt man kreuz wissen ach ich bin schon dran vorbeigerannt ja ok ich bin schon dran vorbeigerannt weil ich habe hier immer die befürchtung dass mister x kommt ich weiß nicht warum ich habe in erinnerung dass hier was kommt aber gut wir haben jetzt zumindest die eine picture ach kann dann sind wir gleich aber auch das ist schon voll freunde schaut mal das ist ja der raum wo bei leon der lika rausgesprungen kam ein heiß ich wusste es oh gott da bin ich jetzt aber oh gott zum glück habe ich nicht habe ich nicht laut hals geschrien hier oh gott habe ich das kann ich erschrocken dreckiges ding man immerhin mit einem schuss weg aber ich wusste es nicht mehr dass da hier auch kommt auch gott mein herz aber er kam hier auch raus das habe da das wusste ich nicht mehr ich dachte er kommt aber bei leon raus dieses drecks ding aber gut schöne freunde schock wir hier wir haben den adler stein noch so ein stein okay es ist höchst interessant da bin ich gerade echt wieder voll zusammengezuckt und meine hand hat gekribbelt und wenn meine hand kribbelt dann ist das schon ein richtiger schreck effekt ich weiß nicht ob ihr das kennt dass wenn ihr euch erschreckt dass dann irgendein körperteil anfängt zu kribbeln bei mir war es gerade ich die hand oh mein gott boah das war krass gerade mr x kommst du oder was nein er kommt nicht war das nicht hier wo der kommt ich erwarte immer dass der kommt aber dann haben wir jetzt zumindest diese tür abgehakt okay und dann können wir wieder zurück in die haupt alle und auf dem weg an der kiste vorbei und die steine ablegen ja das passt doch also wie gesagt meine hand hat sich wieder beruhigt aber ja es ist immer so krass laut was soll man da machen und vor allem wenn man es nicht mehr wusste ich habe zwar gesagt ich wusste es aber ich wusste ich wusste es nicht mehr ich habe wie gesagt da gedacht dass da bist du nur bei leon kommt okay erst mal sortieren hier wartet mal jetzt ist hier ein bisschen unordnung reingekommen leider das heilkraut das andere heilkraut bitte noch da oben in ja das ist jetzt ein bisschen aufräumerei hier aber ist halt so gewollt mit clear so aber so so passt das doch wir haben hier unsere story items wartet mal die roten edelsteine können wir die nicht schon in dem raum da hinten einsetzen oder oder kommt die oder kommt er erst mit dem krieg schlüssel die können wir doch die können wir doch da oben schon einsetzen oder das gucke ich gleich mal aber erst mal gucken was noch mal die neue karo tür an so erst mal die neue karo tür und dann können wir ja noch da oben in den beiden idelsteinen ich meine wir sind ja 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 hier sind jetzt wieder zombies drin und schießt da drauf da ok du fällst uns nicht an kollege ist tot du bist schon tot okay wunderbar ja irgendwo hier vorne oh gott da hallo bullen zum wie sie hat seine arbeit scheinbar nicht so gut gefallen das sind drei stück okay okay klar dann schieß einfach drauf doch los nach nach ist da drauf oh gott sei dank okay und hier den so der steht noch mal auf der zuckt nicht nur sondern es steht noch mal auf es ist aber tot okay ich habe hier noch eingehört es sind tatsächlich vier stück das sind noch zwei gott klärlauf so gottes willen wie viele zocken ist aber wenn ihr doch wann sechs stück ich habe vielleicht keine muni mehr doch okay geht noch aber gott sei dank haben wir genug muni freunde warum musste dass die auch wieder kaputt gehen lad nach warum musste das auch hier wieder kaputt gehen schon durch diesen leichen berg an sechs zombies freunde ich muss immer noch durchatmen wegen dem blicker eben das ist das war ein richtig krasser effekt das war ein richtig krasser effekt genau hier ich sehe zwar nichts aber ich schieß einfach mal perfekt vier schuss der ist daul fünf schuss warum sind die wieder da wer hat die zum leben zum leben erweckt ja klar ist attraktiv ich liebe dieses hauen ist echt der ist aber tot okay wunderbar hier das noch einer ich habe gleich keine position mehr wenn das so weiter geht hier näher kam rumgetüppelt so diese sound variation ist so geil finde ich bleibt doch liegen kommt schon haben was jetzt es tut ein schuss noch du heilige froh ich glaube ob das jetzt so sinnvoll war die zu machen weiß ich nicht aber so sparen wir uns halt die ach du heilige social auch du scheiße jetzt sind sie hier alle ne jetzt sind sie hier alle toll claire du hältst dich schon ne verdammte hacke wartet mal da schieß ich einmal mit der der waffe rein hier und und nein ach doch nicht beißen lassen alter schwede das schießt leider nur einmal ne ach man meine schöne muni wie viele schon wieder wie viele freunde man oh gott caro schlüssel benutzt rein da claire rein da so was kommt denn hier alles ein gegner noch an ach der raum ist das okay die verbindung zu dem anderen raum hier oh armbrust bolzen einfach mal so 36 stück das heißt wir haben zwölf armbrust schuss wir brauchen unbedingt ne kiste gleich das schloss ist kaputt ja klar was gibt es da was ist das denn springstoff aha was ich jetzt noch brauche um den sperrigen hubschrauber aus der wand zu springen einen zünder gibt es denn hier auch den zünder claire ach stimmt ja die geschichte hatten wir ja auch noch ne mit dem hubschrauber mit dem abgestürzten ja richtig ich brauche aber noch einen zünder scheinbar gibt es hier noch munition oder so was ist denn das ein film oh ein film mit claire erst wenn dieser film entwickelt ist weiß ich was drauf ist okay das heißt im prinzip können wir gleich wieder einen film entwickeln gehen ich gucke jetzt mal wenn hier zombies drin sind dann gehe ich zum safe raum zurück wenn dich dann mache ich hier weiter weil ich muss die armbrust holen da sind zombies drin okay tschüss ich geh wieder ich geh wieder ich hab keine booty mehr verdammt ich brauch meine armbrust oh gott oh gott okay ich muss mich nämlich auch eigentlich mal hochheilen oh man das war so wieder so munitionsfressend eben die armbrust schuss hätten sie uns aber auch mal früher geben können ne mein gott aber schaut mal wir sind direkt an dem safe raum das ist doch gar nicht mal so schlecht tja Freunde munitionstechnisch ist das echt mau diesen sprengstoff soll ich den mitnehmen ja komm nimm den mal mit ich mein den können wir ja früher später eh gebrauchen immer noch im gelben bereich warum das denn wie jetzt immer noch im gelben bereich oh dann war ich aber schon kurz vor orange dann war ich aber schon kurz vor orange oha ja gut ich mein das ist jetzt das erste mal dass wir hier dass wir hier heilung benutzen ne in dem spiel glaube ich zumindest und naja dann muss ich noch mal ein bisschen aufräumen eigentlich hier ja wobei da kommt bestimmt wieder eine heilung dazu aber seht ihr ja ne mit heilung sieht das echt gut aus so dann da passen 18 rein dann rüste die aus die normale bumme nehme ich trotzdem mit und wir gehen jetzt einen film entwickeln jetzt bin ich mal gespannt weil den film habe ich noch nie gesehen tatsächlich glaube ich alles klar claire entwickle diesen film was haben wir denn film b den kennen wir doch abgebildet abgebildet vor der schneiderei arukas ach ja rückbildung in einen zombie innerhalb von zwei stunden das zielobjekt beklagte wiederholt über große schmerzen der epidermis außerdem heftige übelkeit bis zu dem zeitpunkt zu dem das zielobjekt das bewusstsein verlor bild von ben bertolucci ach die geschichte war das ok ach da kriegen wir doch mit claire noch die ganz normalen filme ah ok freunde verstanden wir haben zwei freie plätze sprengstoff packt ihn erstmal raus ich möchte jetzt gucken ich würde jetzt ja wartet mal ich muss mir jetzt mal ein bisschen überlegen wie wir das jetzt hier machen also ich denke mal wir erkunden jetzt noch diesen letzten unbekannten raum und dann nehme ich mir die beiden edelsteine mit und gehen wir nach oben weil da denke ich mal die edelsteine rein müssen aber gehen wir erstmal noch in diesen raum mit den zombies machen wir die nochmal platt machen wir die hoffentlich platt mit meinen 18 schuss hier oder wie viel 12 schuss habe ich 12 schuss habe ich genau ne nicht hier ja ihr merkt es mit claire ist es schon deutlich schwieriger auch einfach dem umstand geschuldet dass sie halt viel mehr gegner sind so fuck fuck bei dem war ich zum beispiel zu weit weg seht ihr das und wir haben hier ein heilkraut ok ähm das heißt ich muss echt nah dran sein an den zombies und so genau ach diese mucke hier ey genau so muss das laufen da ist noch einer drin ist das der kollege den der lion betroffen hat du bist aber kaputt oder bist du kaputt du bist kaputt oder bist du kaputt du bist kaputt gott sei dank okay oh 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 ein zünder freunde da haben wir doch schon den zünder ein gerahmtes bild wahrscheinlich ein familienfoto da haben wir doch das den zünder für den c4 springstoff draußen genau für den hochschrauber freunde nix verdächtiges ach diese mucke hier so gibt es hier irgendwas nein was steht hier auf der tafel das heutige datum 29 september michael ist fest alles klar ach ähm gucken wir uns mal ein bisschen weiter hier rum welcome lion seht ihr da das blaue da hier welcome lion ach ja Freunde und mit memo an lion okay an leon scott kennedy herzliche glückwünsche zu ihrer versetzung zum polizeirevier reconcity wir freuen uns alle sie als neuen kollegen begrüßen zu können und wir versprechen sie gut zu behandeln willkommen an board die gesamte belegschaft des prc ok ok das war also das memo an lion ja die hatten ja eine willkommensparty hier für ihn veranstaltet aber daraus ist leider nichts geworden drüber am empfang gibt es einen warte so hier in diesen schränken ha na gott sei dank ich bin ja froh lad das mal nach hier und die munition auch mal nachladen und schon sieht es wieder gar nicht mal so schlecht aus oder schon sieht es echt nicht schlecht aus aber das da gerade das war doch echt das war krass so schloss geöffnet da jetzt in die haupthalle aber ich glaube wir haben hier alles was wir brauchen und zwar den zünder für den sprengstoff genau ok dann gehen wir mal wieder in den safe raum zurück weil ich denke ich weiß jetzt wo wir hin müssen oder war das da oben war das da oben mit dem ich bin mir grad unsicher tatsächlich mit den beiden edelsteinen sieht mir ein bisschen optional aus oder so wo war das denn jetzt nochmal lass mich nochmal gucken es könnte auch mit dem dem kreuzschlüssel kann auch der kreuzschlüssel sein ich gehe jetzt erstmal zum hubschrauber hoch es kann auch die tür mit dem kreuzschlüssel sein freunde so aber gut dann würde ich sagen haben wir unseren sprengstoff hier komplett klärt du willst ja so aggressiv sein und die wand wegreißen so genau im prinzip war es ja schon und ja vor allem dann würde ich sagen gehen wir nochmal hier raus stapfen wir nochmal kurz nach da oben zu dem schrauber hin ich hoffe dass jetzt auf dem weg da hinten nichts passiert was mir irgendwie mein herz wegreißt oder so weil das wäre echt mies das wäre echt mies aber gut würde ich mal sagen ja gehen wir da mal hin ich hoffe in ruhe da wo das bädchen auch war in der letzten folge wir hatten ja ein kleines mietchen gesehen wo ich mich auch frage wo das jetzt gerade ist ich meine wir sind ja hier aus dem stars büro rausgekommen und haben hier das mietchen gesehen es ist sehr wahrscheinlich hier unten rein geklettert der kleine lüftungsschacht weil ihr seht da die die abdeckung ist ab im prinzip also die abdeckung ist nicht mehr darauf und ist dann hier rausgekommen aber hier waren zombies jede menge ihr seht es auch da liegt die das ab das cover und genau im prinzip müssen wir jetzt eigentlich nur dieses mietchen suchen und diesen hochschrauber auch noch weg sprengen bevor wir in den gehen wir überhaupt irgendwann in den keller ich glaube ja ne mit dem herzschlüsse kommen wir da hin okay ja alles klar das heißt dann ist das momentan unser einziges objektiv der hubschrauber alles klar freunde und ähm genau haupthalle die ist ja eigentlich fast immer sicher ne und naja mr x ist jetzt sehr lange nicht mehr aufgetaucht ne ich weiß ja nicht zu welchem trigger der hier auftaucht ich meine nicht dass ich ihn vermisse so ist es nicht aber ähm ich frag mich teilweise schon wann der kommt und wann nicht na gut alles klar dann sind wir hier schon ganz in der nähe jetzt mit dem hubschrauber und genau dann mache ich doch einfach mal so sprengstoff genug um eine wand weg zu pusten aber es fehlt ein zünder okay hier ist der zünder eine ein sprengstoff zünder alleine ist er völlig nutzlos das heißt wir müssen das hier mit dem hier verbinden dann haben wir die bombe und den zünder damit kann ich den schutt beseitigen klar erstmal eben bombenbauerin auch mal eben so ne gut hier war das ja ne der hubschrauber dann das brauchen sie jetzt nicht zu was die tür ist kaputt ich komm nicht weiter ganze wand einreißen so hier okay na wa hui okay Claire ähm schaut mal wir haben hier tatsächlich eine Tür aufge oh mein Gott Freunde ha 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 allerdings was sich dahinter verbirgt ja es tut mir leid es ist ein Cliffy ha 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 allerdings was sich dahinter verbirgt Freunde sehen wir da beim nächsten Mal ähm ich würde sagen ja wenn euch diese Folge gefallen hat dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten äh würde ich mich sehr freuen erzählst gerne euch dann den Kanal und ähm ja dann würde ich sagen ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag ne tschüss tschüss